Also ne Stunde haben wir auf jeden Fall noch. Also ne Stunde haben wir dafür auf jeden Fall noch. Das heißt, wobei es halt nur ein Run, ne? Es ist halt nur ein Run. Wenn der halt durchgeht. Deswegen resette ich jetzt auch so oft. Wir können leider nicht immer Milliarden Runs jetzt durchziehen. Ja, das Harte an diesem Game ist halt generell die Länge der Level. So konstant zu sein über so lange Level ist echt nicht easy. Das ist ja bei Invictus zum Beispiel anders. Invictus hat überhaupt nicht so viele lange Level. Und das hier ist auch schwerer als Invictus. Safe. Einer ist auf jeden Fall schwerer als Invictus. Ist ja... Ist halt tighter als Invictus. Ist halt tighter als Invictus. Denn das sind nicht mehr als Invictus, 좋아? Das soll ich denn sein, das sei auch nicht besser als Inf кор pain oder ernsthaft. Nein, das ist immer besser. Das ist besser. Oh. Was ist das? Das war bestimmt sehr knapp, Alter. Aber das ist viel schwerer als Invictus, Mann, Danny. Das hier ist viel schwerer als Invictus. Das finde ich persönlich. Ja, was heißt du schon, Mann? Du hast es ja auch hier gemacht. Du hast es ja auch hier gemacht. Was? Warum waren die anders jetzt gespottet? Ich bin so ein Hohlgesicht. Aber dass das noch geklappt hat, sehr gut. Dass das geklappt hat, Mann. Das hält es auf jeden Fall nicht. Ich bin so ein Hohlgesicht. Ich bin so ein Hohlgesicht. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, come on! Das war sowas von reingejokt. 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 Oh. Oh. Das war sowas von reingejokt. 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 Nein! Nein! Na ja, es ist Joker-Meader than Runaway. Joker-Meader than Runaway. Oh mein Gott, war das knapp! Ich kann an mir arbeiten... Ich versuchte. Kickstar, danke für die 100 Bits. Warte, jemand hat noch jemand anderes. Shelly, danke auch an dich für die 100 Bits. Das war ultra... Alles war ultra knapp. Das war alles ultra knapp. Aber ultra. Alright. Spiel gönn. Gönn-Spiel. Gönn. Ich bin so nervös. Xerod, bist du noch da, Xerod? Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine weitere Chance geben würdest. Xerod, bist du noch da, Xerod? Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine weitere Chance geben würdest. Xeroth, bist du noch da, Xeroth? Ich würde mich sehr freuen, wenn du... Danke für die 100 Bits, Kickstarter. Shit. Come on, dude. Dieser Raum ist so der Nullgönnerraum. Der Raum ist Nullgönner. Das ist der Nullgönnungsraum, Junge. Polo Ullo da? Oh, lass dich schmecken, Junge. Sehr geil. Sehr geil. Zeroth, ich liege manchmal abends im Bett und bin traurig. weil wir keine Freunde mehr sind. Ich muss immer zu an dich denken. Bitte, bitte gib mir noch eine Chance. Sirot, ich liege manchmal abends im Bett und bin traurig, weil wir keine Freunde mehr sind. Ich muss immer zu an dich denken. Bitte, bitte gib mir noch eine Chance. Sirot, ich liege manchmal abends im Bett und bin traurig, weil wir keine Freunde mehr sind. Ich muss immer zu an dich denken. Bitte, bitte gib mir noch eine Chance. Danke für die 100-Bit-Kickster. Danke, danke, danke. Junge, was ist das für ein Ultra-Run? Oh, shit. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. I don't know so. Oh. Der nimmt den... Oh mein Gott, der nimmt den Schlüssel nicht mit. Willst du mich verarschen? Das Fiel wirklich zu gut. Komm, Instruktiv, Zapf 40 nicht weg. So, das ist für dich und Distel. Distel ist geil. Distel ist supergeil. Distel ist ultrageil. Distel ist hammergeil. Distel ist aufentittengeil. So, das ist für... Was ist das für ein Jink? Spam Breaker. Ja, danke für die 100 Bits. Chicken. Oh, fuck. 100 Bits. Danke für die 100 Bits, Kickstarter. Danke für 102 Bits. Mio-san. Okay, bitte, jetzt schock das doch nicht weg, Mann. Come on. Danke für die 100 Bits. 37, 33, Leute. Let's go. Chicken.